Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einer neuen Runde Hearthstone. Wir spielen jetzt eine Runde mit dem Warlock hier. Einfach weil ich jetzt gerade noch die Quest habe Warlock oder Ding. Warlock oder Schamane. Aber Schamane haben wir in letzter Zeit sehr viel gespielt. Auch gerade hier mit dem Egg Monkey haben wir das hier gespielt. Deswegen spielen wir jetzt eine Runde Warlocks. Gegen Endroiden. Höchstwahrscheinlich ein Beast Druid. Die Stattern ist nicht ganz so Premium. Hier Power Overwhelming will ich jetzt auch eigentlich nicht haben. Die zwei packen wir mal weg. Die Wolf Alpha könnten wir behalten. Ich weiß irgendwie nicht. Der Warlock läuft in letzter Zeit natürlich. Läuft irgendwie nicht so ganz gut wie er eigentlich sonst laufen sollte. Aber das kann ja einfach mal passieren. Vielleicht ist es einfach gerade an Bad Warlock Day. So. Wir haben den Coin. Wir grüßen. Er spielt Enchanted Raven. Go. Natürlich das Play der Plays. Ich überlege gerade Turn 2 Dark Paddler zu spielen. Einfach dass wir was gegen den Enchanted Raven haben. Oder es kommt einfach gar nicht. Das ist natürlich auch gut möglich. Ja. Ja. Da macht er Endturn. Ist okay. Coin. Dark Paddler. Wir holen uns eine One Cost Card. Nehmen uns den. Ah. Nehmen wir jetzt mal wieder die Stickerin hier. Die hat uns ja schon mal gute Dienste geleistet. Ich weiß gar nicht mehr. War das auch gegen den Schamanen oder sowas? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die nicht so schlecht. Okay. Wild Growth. Ist also wieder so ein Buffen bis zur Hölle. Ding. Deswegen gehen wir hier jetzt für 3 rein. Er wird jetzt wohl extra wahrscheinlich. Für 4 Mana kann er jetzt schon halt den krassen Shit raus spielen. Nächsten Turn kommt von uns halt im Gang Boss. Und dann wieder für 5 Phase. Hier spielt er also Hero Ability. Dann spielt er Rav auf den Wolf wahrscheinlich. Macht am meisten Sinn hier. Lässt sich aber auch Zeit. Er ist sehr sehr bedacht. Mit dem was er da tut. Mit seinen Glitzer Glitzer Ding da. Nein der Card Draw ist immer wichtig. Der Card Draw ist immer wichtig. Gerade auch für den Ruinen ist er sehr wichtig. Gegen den guten McMooki habe ich ja auch hier Ding gespielt. Einen guten Beast Druid. Und da hatte ich auch die absolute Kontrolle. Oder ich habe zumindest am Anfang die absolute Kontrolle gehabt über Ding. Über den Card Draw. Schlussendlich hat er aber dann leider doch gewonnen. Ja gut Paladin ist halt immer so eine Sache für sich. Als ob ich deinen Alarmobot leben lasse. Was glaubst du eigentlich? Also Alarmobot wäre eins der dümmsten Sachen. Hätte ich den leben lassen. Andererseits hat er sich jetzt gedacht. Er muss beide reinhauen. Dass das hier funktioniert. Deswegen hat er wahrscheinlich gedacht. Okay kann er im nächsten Zug antraiden. Aber so nicht mein Freund. So nicht. Okay Brian into. Okay Doppelheal ist okay. Geht er wieder hoch auf 30. Das ist echt gut gewesen jetzt. Aber jetzt spielen wir die lustige Sachen aus Leute. Und zwar spielen wir jetzt eins. Der stirbt auf jeden Fall leider. Aber der hier stirbt nicht. Eins. Der kostet drei. Wir müssen mal langsam machen. Wir traden jetzt hier erstmal rein. Der hier überlebt. Ist aber halt Swipe gefährdet jetzt. Wir hauen hier so. Fuck. Ich hab Missplays gemacht. Egal. Ist okay. Nein. Sie ist auch nicht getriggert. Warum? Oh Gott. Fuck it. Fuck my life. Hier kann man nur so Missplays spielen. Oh mein Gott. Was für Missplays. Wow. Das war jetzt richtig schlecht. Eins Swipe. Das komplette Board ist RIP. Das war richtig dumm. Ich hab gedacht ich hab noch einen Minion mehr. Aber den hab ich ja gerade. Hab ich ja tot gehauen hier. Fuck. Nicht mitgedacht Leute. Nicht mitgedacht. Jetzt kommt aber er auf jeden Fall rein hier. Ein Abusive geht rein. Der hier bufft die zwei zumindest ein bisschen. Und dann machen wir hier Damage. Go. Oh mein Gott ey. Da kriegt man ja. Bei meinem Spielstil krieg ich ja selber sogar schon hier Anfälle. Okay. Innovate into C'thun für sechs. Ist das ein C'thun Deck gewesen? Okay. 19, 11. Ja wir haben gewonnen. Why did you call. Why did you call. So. Zack. 13. Oh mein Gott. Das war so schlecht. Dieses Spiel. Es war richtig richtig schlecht. Naja. Wir sind jetzt auf 17 hoch gegangen. Weiter geht's. Wir spielen noch eine Runde mit dem Zoom. Und ich glaube ich hab mir jetzt endgültig überlegt was für eine Legendary ich mir holen werde. Und zwar wird es höchstwahrscheinlich Ragnaros sein. Weil Ragnaros ist einfach geil. Und man kann ihn in fast jedem Deck spielen. Man könnte ihn sogar theoretisch hier spielen. Obwohl man das eher nicht sollte. Weil er halt zu langsam ist. So weg weg weg. Bitte Gude Karten. Ja das ist okay. Turn 1, turn 2, turn 3, turn 4. Das ist okay. Kann man machen. Kann man machen. Grüße. Ich grüße dich. Warum schaue ich? So. Dann gucken wir mal. Wir spielen gegen den goldenen Hunter. Was für einen Hunter gibt es denn? Das Secret Hunter. Das wäre mega ätzend. Gucken wir mal was es gleich ist. So wird es entweder Explosive oder Ding sein. Ist es ein Snipe? Dann snipet er ihn jetzt ab und er überlebt. Ja tatsächlich ist es ein Snipe. Alles klar. Easy Survivor. Der Überlebende. Das Problem ist halt jetzt. Ja da kommt die Explosive Trap und damit stirbt er. Fuck. Aber an sich eigentlich vollkommen okay. Es war zwar zu denken, dass es ein Ding ist. Dass es ein Snipe war. Aber theoretisch hätte es ja auch eine Snake Trap sein können. Ich glaube. Nochmal. Disco-Time. Ja gut. Was soll man da machen? Explosive Trap No. 2. Der account hat halt unser Akku gerade. So was von weg. Hey Leute. Gib mir die Disco. Gib mir die Disco. Nice. Mit der Disco müssen wir gewinnen. Wir ziehen. Power Overwhelming. Wollen wir jetzt gerade nicht spielen. Ich würde gerne den Doomguard rauscasten. Aber irgendwie ist halt das auch ein bisschen schwierig. Knife Juggle kommt jetzt auch raus. Oh. Lass die Hunde los. Ist natürlich die Bombo Combo vor dem Herrn hier für ihn. Komm. Alle drei Face bitte. Ja das ist okay. Weil dann schießt man nämlich auch gleich ein Knife noch. Natürlich in den anderen Knife Juggle. Oh ist das ätzend. Ja wow. Dass er da den Trade auch noch kriegt. Der Penner. Das ist das Gute. Obwohl ne. Er tradet jetzt wieder alles weg. Ich wollte hier gerade so schön bleiben. Fuck you Hunter. Halt die Schnauze. Okay. Na es wird langsam ganz schön knapp Leute. Ich glaube wir werden das nicht überleben in dem nächsten Zug. Oder vielleicht doch. Ja gut. Ähm. Mit dem Knife Juggle kann er nicht töten. Je nachdem was er jetzt raus spielt. Er könnte wahrscheinlich. Ja hier. Fuck you. Fuck you Hunter. Fuck you. Naja. Sollen wir da machen. Da gehen unsere Sternchen wieder weg. Wenigstens habe ich dieses Game relativ wenig Missplays gemacht. So. Ich muss mich jetzt echt mal wieder konzentrieren hier. Aufwachen. Komm jetzt. Rein, rein, pushen und fertig. Jetzt geht's rund hier. So. Wir haben den Gegner gefunden. Aber irgendwie. Ah doch jetzt. Worthy Opponent. Wir haben Dark Pedal auf jeden Fall auf der Hand. Nen Doomguard schon wieder. Ich weiß nicht warum. Aber wir haben so viel Early Game. Aber wir ziehen keins. Die zwei sind okay. Aber was will ich denn mit dem Doomguard Leute? Das sieht doch schon besser aus. Das einzige Problem was ich gerade sehe ist gegen Druiden sind halt die, äh sind auch die 1-3er für am Anfang relativ schwach. Weil er halt einfach ein Ding drauf spielen kann. Ein Wrath. Und damit ist selbst ein 1-3er Rip. Wenn er jetzt keinen Wrath macht. Und das wäre ganz schön uncool. Oder er macht keinen Innovate. Das geht natürlich auch. Äh, keinen Wild Growth natürlich mal. Hä, da bufft er sich schon wieder. Der Gude. Wir nehmen nochmal einen Voidwalker mit. Oh, Cuthun. Okay. Und cool. Okay, Cuthun ist Disciple. Disciple. Und cool. 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 Die Frage ist, hat er halt noch einen davon auf der Hand. Ich schätze mal nicht. Oder ich hoffe besser gesagt mal nicht. Natürlich hat er noch einen auf der Hand. Ne, ein Swipe. Okay. Schade. Okay, das kommt jetzt eigentlich ganz gut hier. So. Dann buffen wir beide. Plus 1, plus 1. Bauen uns ein Board auf. Was er nicht waxwipen kann. Problem ist halt, Dark Arrow Koa für 7 wäre jetzt dann auch irgendwann mal uncool. Und sein Cuthun geht halt gerade echt steil. Und noch ein Living Roots. Okay. Jetzt hier mal eine Karte. Doppel Power. Oh, wir haben ihn direkt hintereinander. So was ist halt immer Pech. Ja, mal gucken, ob er jetzt irgendwie noch was rausspielt. Swipe wäre natürlich RIP. Wir bauen jetzt eine High Card. Sea Giant wäre geil. Ich glaube, es wäre der Einzige, der hier noch irgendwas regeln könnte. Sea Giant, komm. Yes, Sea Giant. Jawohl. Wir ziehen aber erstmal noch eine Karte. Double Sea Giant direkt hintereinander. Was ist denn da hier los, hey Leute. So. Fuck you. Oh, er kann keinen removeen, das ist gut. Kuthun. Nein. Komm, beide müssen überleben, dann habe ich gewonnen. Yes. Well played. Oh, nice. Wir ziehen noch eine Karte. Abusive Sergeant ist natürlich hier an der Stelle auch ganz gut. Oh, well played. Oh, well played. Doppel Sea Giant hat noch gerockt. Jawohl. Selbst der gute Control-Kuthun konnte hier nichts machen. Und noch eine Runde. Und noch eine Runde. Wir stehen jetzt gerade bei 50-50. Es ist eigentlich nicht so gut, muss ich sagen. Mit dem, dafür, dass es ein Zudeck ist. Aber es ist halt doch gerade ein bisschen kontrollig gerade irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Die meisten spielen gerade Control. Ich bin dein Zudeck. Ich bin dein Zudeck. Ich bin dein Zudeck. Handlock. Aber es sieht aus wie ein Zudeck. Oh, da haben wir einen schönen Einzudrop. Das ist gut. Dass wir den gezogen haben, ist echt gut. Dann können wir nämlich jetzt Coin auf im Gangboss machen. Und dann geht's los. Außer wir ziehen natürlich jetzt einen Darkshire Council. Der wäre natürlich auch gut. Damit könnten wir dann auf jeden Fall besser arbeiten, als jetzt mit einem Ding. Mit einem Knifejuggler. put this apple on your head. My friend. Okay, gut. Überredet. Überredet. Der Councilman ist halt mega nice. Im nächsten Zug dann im Gangboss. Wenn der Knifejuggler dann sogar überleben sollte. Komm, bitte nicht in den Imp. Bitte nicht in den Imp. Das wäre so gut, wenn du nicht in den Imp triffst. Nein, da hat natürlich den Imp getroffen. Aber wir müssen den Knifejuggler jetzt eh wegmachen. Ich glaube, der ist echt der Stressigste hier auf dem Board. Put this apple on your head. Machen wir nämlich so, machen so. Dann schießt der den hier ab. Und ein Turn. Ich wollte erst den im Gangboss spielen, aber dann habe ich mir gedacht, na, Board ist mir ein bisschen lieber. Du möchtest meine Heurisik. Okay. Ja, warum nicht? Ganz klar, warum nicht? Wollt ihr, Spaggott? Okay, er macht den Trade hier. Lässt mir aber den Knifejuggler über, was ich interessant finde. Aber er hat auch nur noch eine Handkarte. Aber das ist ja immer so ein bisschen weniger, das Problem von den Warlocks, hier keine Handkarten zu haben. Jetzt gucken wir mal. Ich habe mehr Säle. Gut, Mortal Coil bietet sich ja einfach zu gut an. Genau deswegen nämlich. Ich würde gerne einen Minion spielen, aber es ist dumm. So, er haut in den 2-1 jetzt rein. Macht das Board wahrscheinlich clear, schätze ich jetzt einfach mal. Ah, ich hätte den zweiten Dark Paddler spielen sollen. Aber die Chance war halt zu gering, dass wir da jetzt was Gutes rausziehen. Okay. Der gute alte Lepra-Gnom. Lepra-Gnom. Ist natürlich so eine ganz mittelgute Karre. Buying or selling. Nächsten Zug wäre halt Defender of Argus da richtig gut dazwischen. Ah, da kommt der Sea Giant rein. Das ist uncool. Das ist jetzt ganz schön uncool, muss ich sagen. Das ist ganz schön uncool. Besonders, weil jetzt einfach mein 3-4er halt wegbashed und dann war es das. Aber jetzt natürlich für uns auch nicht schlecht als die Sea Giant. Okay, Model Coyle zieht wieder eine Karte. Okay, Sea Giant machen wir jetzt auf jeden Fall weg. Und, ja. Doch, das machen wir so. Erstmal ziehen wir eine Karte. Das wären 2, 5 und 6. Das passt. Oh, nice. Das ist gut. So. 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 So, da das E so gewesen wäre. Dann machen wir hier Trade. Wir holen noch einen Minion da mit aufs Board. Machen Trade. Trade, enter. So, im nächsten Zug kommt dann noch der Taunt. Noch ein Sea Giant. Och, come on. Come on. Okay, wir ziehen noch eine Karte. Da ist auch unser Sea Giant endlich. 5. 1, 2, 6. Ja, das würde passen. 1, 2, Trade. 5. Jetzt Gesicht. Sea Giant auf dem Board liegen. Das ist natürlich nice. Ich frage mich, ich hatte irgendwie sowas wie ein Lord Jaraxxus dabei oder sowas. Oder Leeroy plus irgendein Wombo-Kombo. Aber auf 9 kann man die, glaube ich, noch nicht spielen. Doch, Leeroy kostet 5. Oh, keine Ahnung. Werden wir ja gleich sehen, wenn er irgendwas noch hat. Das sieht bis jetzt aus wie ein Well-Played. Da spielt er natürlich den Taunt dazwischen. Das ist gut. Gut für ihn natürlich. Aber das ist gut für uns. Trade. Trade. My Seal for Argon. Ich überlege mir gerade, was besser ist. Oh, ich hätte den Wolf noch daneben schmeißen müssen. Dann hätte ich auf jeden Fall Liefel gehabt. Egal, ich habe auch so Liefel. Wenn ich mich nicht jetzt berechnet habe, habe ich Liefel. Ne, nicht berechnet. Yes. Nice. Ja, liebe Freunde, das war also dann eine weitere Folge Hearthstone. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, da schreibt was Schönes in die Kommentare und vergesst nicht zu abonnieren und bis zum nächsten Mal dann. Turulu. Vielen Dank.